Hi Leute, ich melde mich hier heute mitten im Wald und möchte euch gerne eine schöne Sport-Session mitgeben. Macht einfach mit, es wird schon lustig. Hier im Wald besser geht es eigentlich gar nicht, weil frische Luft ist. Es ist schon frisch hier, die Sonne scheint. Fangen wir an Sport zu machen. Es wird so ein bisschen gemixt. Ich werde Übungen machen, ihr macht die einfach nach und danach seid ihr fit. Und ja, das ist für Anfänger, das ist ganz einfach. Es wird spaßig. Let's do it. Runde 1. Der erste ist der Klassiker, die Liegestütze. Es gibt hier drei Unterschiede Liegestütze. Such dir einfach eine aus. Wir machen erstmal 10 und dann wechseln wir mit zur Neuübung. Das nächste ist Kniebeugen. Kennt auch jeder. Da machen wir auch nochmal 10 Stück raus. Am besten ganz nach unten. Das tut richtig gut für die Knie. Nicht nur so. Es geht richtig runter. Durch den Arzt am, ne, ganz nach unten. Und wieder hoch. Und keine Sorge, wenn es knackt, das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Das müsste jetzt, glaube ich, schon 10 sein. Aber ich mache nochmal zwei. So, okay. Okay, dann trainieren wir diesen Muskelbereich hier. Ich weiß aber leider nicht, wie die Übung heißt. Das macht ihr einfach nur so. Dann geht hier schön runter. Dann machen wir auch nochmal 10 raus. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dann machen wir was für den Bauch hier. Auch sehr, sehr wichtig. Die nennt man Zip-Ops. Dann macht ihr euch so. Ihr könnt so machen. Ihr könnt auch so machen. Ihr könnt auch einfach so machen. Und dann geht ihr einfach hoch. Und passt auf. Geht schön langsam runter. Lasst euch nicht fallen. Weil, wenn ihr runter geht, könnt ihr auch Druck aufbauen. Und dann trainiert ihr mehr den Muskel. Runter. Oh. Runter langsam. Oh. Leucht nicht nach oben schleudern. So. Macht schön langsame Einheiten. Dann lieber weniger, aber intensiver. Das müssten, glaube ich, auch schon 10 sein. Ich mach nochmal 2. 1, 2, okay. So, ich hab noch eine. Für die oberen Schenkeln und für die Wade. Macht so und geht so runter. Und wechselt immer schön ab. Gleichzeitig könnt ihr den hier dehnen. Zeige ich euch gleich. Wenn er hier hinten ist. Und wenn ihr hier runter geht, könnt ihr hier mit schön. Jetzt sieht das hier schön. Das heißt, ihr habt nochmal einen Dehneffekt. Auch eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist jetzt eine Runde und werden jetzt 3 Einheiten nochmal machen und wiederholen das. Ihr könnt auch mehr machen und dann merkt ihr schon den Unterschied. Runde 2. Dann wieder mit dem Lügelstütz anfangen. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Jetzt wieder die Knie rollen. 1, 2, 3, 4, und 10 wieder, und guckt immer, dass ihr genug Sauerstoff im Körper habt, immer wieder auf die Luft achten, wenn ihr viel habt, könnt ihr auch länger aushalten, Luft ist eine sehr, sehr wichtige Sache, in den Einheiten oder in den Sportübungen immer zu gucken, viel Luft rein zu holen. Okay, was war dann? Genau, für die Muskeln, und runter, zum Beispiel mit der Luftübung, wenn ihr runter geht, zum Beispiel, könnt ihr einatmen oder ausatmen, das könnt ihr ausruhen, ich atme jetzt ein, dann gehe ich wieder hoch, Fuß aus, und wieder aus. Merkt ihr, es gibt viele Luftübungen, sucht einfach euren Tempo aus, eure Übungen aus, was euch nicht stresst, das muss entspannt sein, dann können die Muskeln auch länger ab. Aber das müssten, glaube ich, schon 10 sein. Jetzt kommen wieder die Zip-Ops, ich zeige euch die mal von so aus, ihr könnt auch so machen, zack, seitliche Zip-Ops, das gibt es auch. Komm, fünf Loch, sechs, komm, halb noch durch, und acht, neun, zehn, und wieder vier Oberschenkel, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ja, und die zweite Runde schon fertig, jetzt machen wir die dritte Runde. Runde drei. Ah, die Liegestütze. Ihr könnt auch Faust so nehmen, ihr könnt auch so nehmen, ihr könnt auch so machen, das ist auch sehr interessant, aber probiert es aus, es gibt auch noch diese Diamanten-Liegestütze, ihr könnt auch so machen, da wird es auch immer schwieriger, diese Liegestütze zu machen. Essen, genau, die beiden, das. Eins, zwei, 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 drei. 7 und dann wieder die Zippen 1 1 2 und 7 8 9 10 dann habt ihr das auch schon mal fertig dann kommen die ja, die Oberschenkel die oben wieder 1 2 jetzt nochmal für euch wir legen sofort nochmal eine Runde drauf weil der Körper ist jetzt fit ihr habt 3 Runden geschafft noch einer drauf und dann lasse ich euch in Ruhe wir fangen mit dem Liegestütz wieder an letzte Runde 1 2 3 4 5 6 7 hält noch durch 8 9 10 so, kommt Leute ihr habt es gleich ihr habt es gleich dann wieder die hier 10 Stück holt nochmal Luft ein und jetzt gehts weiter 1 2 3 4 5 7 7 komm, du hast es gleich 8 9 10 guck mal ein bisschen locker in die Muskeln das hilft auch sehr oft ok, dann die Kniebeugen ich glaube wir haben letzte Runde die Kniebeugen vergessen glaube ich egal, das ist mir gerade eingefallen ok, Kniebeugen 1 2 3 4 ich lege nochmal 10 rauf, weil ich die letzte Runde vergessen habe ihr könnt gerne noch mitmachen 8 9 10 super ok, nochmal 1 2 wir müssen nochmal reinholen Leute 3 4 5 6 7 8 9 10 Leute, das ist schön wenn ihr hier bis mitgemacht habt wirklich eine gute Leistung wirklich gute Leistung so, jetzt kommen die Aufschritte ne 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 die Zip Ops kommen Leute seid ihr bereit? aber ok, ich auch 1 2 3 4 5 6 7 ich hab's gleich 8 8 9 und noch den letzten ganz langsam und langsam hoch komm, wir schrauben das schon ok, 10 super jetzt die letzten noch für die Oberschenkel hier ich kann auch ein bisschen springen 5 5 5 6 7 8 9 10 geschafft Leute, ihr habt's geschafft kommt runter, macht mal alles locker wenn das für euch nicht reicht und ihr denkt was das war es schon wiederholt es einfach, macht nochmal das Video von Anfang an wieder und lasst es nochmal abspielen das war für euch erstmal eine wunderschöne Runde, ich hoffe das euch gefallen hat ganz Körpertraining, ganz schnell für den Morgen, für abends, zum Einschlafen, was auch immer euch einfach fit zu halten, ich hoffe das euch Spaß gemacht hat ja Leute, freut euch auf neue interessante Videos auf meinem Kanal, es wird sportlich, es wird gesund, es gibt Heilkunde, es gibt Sport, es gibt alles Unterhaltung, Leute haut rein, habt euch lieb, ich hab euch auch lieb, macht euch einen schönen Tag, bis dann 10 11 12 20 22 22